Ich mache nur eine kurze Erholungsreise. Eine Erholungsreise? Ja, deswegen will ich auch gleich zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Ach, Sie fahren mit der Bahn? Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wohin ich fahre. Ja, wohin denn? Ich verrate nur so viel in ein Land, wo es scharfe Sachen gibt. Scharfe Sachen? Scharfe Sachen, ja. Wo fahre ich da hin? Wahrscheinlich dahin, wo der Pfeffer wächst, oder? Jawohl, ich fahre nach Ungarn. Ungarn? Das ist ein herrliches Land. Rotwein, Paprika, hübsche Mädchen. Wird ja eine feine Erholungsreise, nicht? Reisen ist ja auch eine feine Sache, nicht? Im Sommer an die See, im Winter ins Gebirge, bei Schnee und Eis. Wie sagt man da so schön? Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Dieses alte Wort. Nein, das meine ich nicht. Nicht. Ich meine, reisen bildet. Ja, ja, bitte? Reisen bildet. Reisen bildet. Na ja, so oft fahren Sie ja auch noch nicht weg. Bitte, was machen Sie zuerst? Zuerst bereite ich mich vor. Kurz, was machen Sie dann? Dann bereite ich mich weiter vor. Ja, warum denn so lange? Wird vielleicht eine lange Reise, niemand weiß ja. Interessieren Sie sich für die See? Nein. Fürs Gebirge? Überhaupt nicht. Na, wofür interessieren Sie sich denn dann? Vielleicht für einen See im Gebirge, nicht? Das ist doch kein Reiseziel. Ach. Kommen Sie, wir suchen uns mal eins raus. Ja. Sehen Sie mal, was ich hier habe. Ein Buch. Ja, was für ein Buch. Schönes Buch. Das ist ein, ne? Ein Kursbuch. Kursbuch. Ein Kursbuch. Ja, von wem ist das? Von der Kursmaler oder wie die, diese, die da, ne? Von der Reichsbahn. Die Kursmaler war bei der Reichsbahn, das ist ja nur ganz neu. Da stehen Züge drin, mit denen können Sie verreisen. Jetzt nehmen Sie mal das Buch, schlagen Sie es auf und lesen Sie mir was vor. Vorlesen. Vorlesen. Margonwasser, prickelnd und frisch. Quatsch. Das ist doch Reklame. Da wäre ich ja nie drauf gekommen, ne? Uns interessiert ein Reiseziel. Nun suchen Sie mal ein schönes Reiseziel raus. Ja, wo, wo, wo? Wo, 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 na irgendwo? Auf hier ist was Hübsches, Herr Bein. Hören Sie mal, Hohen Wulsch. Bitte, was ist los? Hohen Wulsch. Das ist überhaupt eine Idee. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Hohen Wulsch. Ich fahre mal nach Hohen Wulsch. Was wollen Sie denn in Hohen Wulsch? Sie fahren nicht nach Hohen Wulsch. Sie sollen erst mal lernen, ein Kursbuch zu lesen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also es geht weiter von Hohen Wulsch. Von Hohen Wulsch geht es nach Kalbe an der Milde. Bestimmten Druckfehler muss Mulde heißen. Milde ist richtig. Ach. Dann kennen Sie nicht die Milde. Ich kenne nur eine Hilde. Die ist übrigens draußen. Die Milde ist ein Fluss und die Mulde ist ein Fluss. Und was ist die Mulde für ein Fluss? Ein milder Fluss. Ich kenne nur ein Fluss. Ich kenne nur ein Fluss.